Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid, ich bin zuerst leid, ich habe noch nichts eingelöst, ich habe extra auf euch gewartet. Alles kost 1, ja aber hallo. Ich heile mich, ich heile mich. Ah, ich nehme eine neue Waffe, ja sicher ist sicher, mein anderer ist gleich durch. So, wen habe ich denn hier gerade in der Luft? Oh, ich habe noch Bögen, lass mir das mal ja. Kann ich mir die scheiße in mir sparen, ne? Kann ich mich hier gleich nochmal direkt die Blätter durchziehen? Aufdünnen, aufdünnen. Hm. Das Schwert verstärken. Aufbewahren, aufbewahren. Mal mit dem Schwert komme ich an die Viecher ran, ich glaube ich habe es jetzt geschafft auch. Waren jetzt sehr viel fliegende Viecher dabei, das war das lästige, aber es sieht gut aus. Jetzt sind hier die Dinger frei und ich kann hier hoffentlich einkaufen, das war ja vorhin das, was gesperrt war. Ja, geht doch. So, was ist denn, weil der war die ganze Zeit jetzt ja versteckt, das scheinen ja, sagen wir mal, geheime Wege zu sein. Ja, ist ja schön, dass ich hier lang kann. Aber guck mal, ah, hier, da ist der Weg, wo ich eigentlich hin will. Ich müsste jetzt eigentlich auch irgendwie zusehen, dass ich an die, ähm, anderen Sachen komme. Okay, das sind Pfeil und Bogen. Der kostet mich 210 mittlerweile. Ich habe nur 70, also immer noch nicht genug. Ich muss also ein bisschen Asche sammeln. Ah, das ist natürlich echt die Frage, ne? Guck mal, ich habe jetzt wirklich, ich könnte jetzt hier bei der Baroness, Gebiet des Herzogs, sind jetzt alles Bereiche, in denen ich noch nicht war. Aber hier finde ich vielleicht auch die Mörderwaffe, you know? Storytime ist schon nice. Oh, ist das die Mörderwaffe? Was ist angeblich der alte Koloss vom Vater? Der umgebracht wurde. Okay. Nur die Königin, okay. Wer bist du? Ist das die Königin? Also die, die richtige Königin? Scheint so, ne? Gib mir meine Schwester zurück. Ja. Oh, du hast deine Schwester? Ja. Warum hast du so viele Kinder, Junge? So, so, ne? Komm her, zu stürzen in diesem Ort. Das hat nicht in einem sehr langen Zeit passiert. Ich denke, ich muss mich auf dich halten. Was hast du gesagt, dein Name war? Gerard de Patieu. Oh, der Kopf bewegt sich jetzt. No shit. Ich bin... Mein Name. Ich bin Ivan, du Hexe. Nein, 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 nein. Wir sind höflich. Egal was. Wir sind immer freundlich. Wir lassen uns nicht in unserem Gefühl leiten. Wir sind höflich. Hm. Ich gebe niemals auf. Shit. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich weiß. Da ist sie und ich werden. Ja. Ich zieh einfach das Ding raus. Genau. Königin soll einfach unwissentlich zurückbleiben. Seid ihr noch am Abendbrot essen? Belohnung. Die Tatwaffe. Die Tatwaffe. Die Waffe hat das Leben des einzigen König von Dreiheit beendet. Sie würde bei Nishka mit Sicherheit Erinnerung denken. Okay. Okay, wir haben die Tatwaffe und wir haben ganz viele Sachen. Sache ist die, ich würde jetzt gerne zurück zum Gebiet des Herxos. Aber ich weiß, dass hier vorne noch ein Weg war, der mir versperrt war, weil da ein Typ stand und da war eine Quest. Das weiß ich noch. Und das ist etwas, was ich glaube ich zuerst gerade machen möchte. Ach guck mal, der war gut versteckt gewesen. Den kann ich nicht mal anwählen. Der war echt gut versteckt. Der habe ich gar nicht so schnell gesehen. So, wo war der? Sind die neu gespawnt? Ich muss gar nicht mehr. Ich muss überlegen, wo stand der Typ im Weg? Da. Genau. Aber hier verstand mich noch eine Quest. Ist das die Lina, die ich finden muss? Ach, das ist das verlorene Mädchen. Na gut, dann machen wir die Story nochmal mit. Deine Schwester sucht nach dir. Nein, aber okay. Genau. Und ich will etwas für dich haben. Geschenke. Ein großer Fan von Geschenken. Oh mein Gott. Geld. Da ist sie. Hol mir den Scholler. Oh boy. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ich hier lande. Oh oh. Ach, der Schattenmann schon wieder. Geh mir doch nicht auf den Lüssen. Ich bin dort dabei. Die Welt rettet sie nicht von alleine. Eben. Es ist kalt. Und es wird kalt. Du blöfst doch nur. Du brauchst mich genauso wie ich. Vielleicht brauche ich dich. Vielleicht nicht. Aber ich weiß, es wird nie eine Unterschiede zu diesem Kind bald machen. Wenn sein Körper ist. At last. As kalt as mine. Sehr liebevoll ist er dich zu mir. Ach guck mal, da ist schon mehr. Das ist für ein gutes Zeichen. Oh, das Geld. So viele unbekannte Wege. Leute, die ich noch nie gesprochen habe. Ja klar, ich bleibe kurz hier. Ach, das finden andere Wege. Ja, 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 ja. Aber ich fand Krieg. Ganz geil. Moment. Moment. Excellent. Now, exhale all tension from your body. Excellent. Now, stand on one foot and hop. What? Oh, God. Man. Excellent. You are now a trained and centered warrior. Ready to go out and win victory for your inner triplet. Darf ich wieder runter? Oder muss ich jetzt hier weitermachen? Jetzt zählt es mich mal wieder, ne? I simply cannot stress this enough. Excellent. No further questions. This class is concluded. Ja, ich bin eine gefährliche Kriegerin. Hast du was gegen meinen Krieg? Gegen meine Kriegerin? So, na, na, na? And what did you learn? Deine hat mir besser gefallen. Then you have found the truth. Ja, danke, danke. Wähle einen Weg. Oh, ich habe Gold dafür bekommen. Danke. Ich stehe auf Gold. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich bin. Aber holy fuck. Das ist noch eine Quest. Oh, warte mal. Ist das die von Erzähl mir was über die drei? Oh ja, das ist was. Ja, ist eine Quest. Aufregt mir mit. Ich habe die Baumwärmung getroffen. Ich werde meinen Sofa zu dir zurückkehren. Sie ist furchterregendste Frau, die du begegnen wirst und du wirst bemerken, dass ihr Kleid aus Kanonen gemacht ist. Sie ist tapf, sie dudelt, kann Idioten und ich mag sie irgendwie. Sie war eine Drillmeisterin, die andere Drillmeister zeigt, wie man noch fieser wird. Ich habe den Grafen getroffen. Verrückt, böse und gefährlich. Er wird ja an jeder Ecke ein Verräter. Das heißt, er ist immer gut darauf vorbereitet, an Attentationen zu kommen. Er ist davon besessen, nicht ermordet zu werden. Aber es funktioniert. Das muss man ihm lassen. Ja, als Zweite. Mach mal. Ich habe auch den Herzog getroffen. Ja. Kein Problem. Er ist zugleich die faulste und mächtige Person, die ich hier getroffen habe. Er möchte ihn, Aspekt des Lebens in vollen Zügen genießen. Das kann man ihm wohl kaum verübeln. Er sanft und verhätschelt. Ich bin überrascht, dass er schon lange durchhält. Aber er weckt Loyalität. Das ist richtig. Ja, geschehen. Das sind alle drei Leiter im Minger. Das ist richtig. Und es hat sich... ...ädukational. Sie sind alle in den gleichen, chaotischen, schwebbelnden Rädern, die sie hatten, seit sie Kinder waren. Nanny war wunderschön, mich zu beurteilen, nicht zu beurteilen. Ich sehe das jetzt. Hier. Ich würde dir einen Token meiner Appreziation geben. Mit meinen Danken. Was ist die Belohnung? Oh. Ah, okay. Karte. Ja. Ist okay. Wohin ging es da? Gebiet des Grafen, des Herzogs. Ich gehe erst mal hier hin. Ist aber super, dass das alles neu gespawnt ist. I like. Mein Geldbeutel findet das richtig gut. Ich kann ihm sein, 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 sein Tutsi oder wie ist das Ding? Kann ich ihm wiedergeben? Ich würde gerne einkaufen, mein Freund. Aber ist gerade nie drinne. Warte mal. Sind da die irgendwas Besonderes? Ne, oder? Da komme ich nicht lang. Schade. Wir gehen zum Duke. Wir gehen zum Duke. Hier ist auch nicht mehr nachgespawnt, oder? Ne. Schade. Wenn das rein können. Weil die anderen Sachen sahen sehr schön nachgespawnt aus. So. Finde ich nämlich großartig. Das habe ich. Dann kann ich jetzt hoch zum Duke gehen. Äh, Duke sei schon. Zum Grafen. Oh. Wart mal gerade. Stella sollte ich suchen. Ich habe ihn getroffen. Er lässt sich herzlich grüßen. Ja, klar. Das sah frisch rasiert aus und sagt, er liebt dich. Die wichtigen Aspekte im Leben. Gern geschehen. Bitte. Wenn das alles ist, um dich glücklich zu machen. Mein Gott, dann nimm es. Jawohl. Asche. Nice. Dinge, die ich gut gebrauchen kann in diesem Spiel. Geld. 700er. Da kann man mir ein paar Karten bekommen. Ist es dein Schmuh, oder wie auch immer der heißen mag. Schmuh, you're back. Jawohl. You lovable little scamp. I should scold you. You had me worried to death. Oh. But I can't stay mad at that face. Oh. By the card makers, Count Schmuh III, you're back home with daddy. You've done good here today, noble child. You've returned my Schmuh to me, which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. And now let me give you this finger. It's yours. I hope that with it, you can uncover the truth of my father's murder. Woher starb der Finger? The crime scene. One of my servants found it there. It's been long since replaced by a battlefield. But, go on, take it. Carry it with pride. Carry it with pride. Carry on. Okay. Jetzt habe ich ein Schwert und einen Stummelfinger. Ein verschrumpelter kleiner Finger mit einer bösen Aura. Ob er bei Nishka Erinnerungen wecken würde, es gibt nur einen Weg, das auszufinden. Ich muss ihn hier bringen. Korrekt. So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen durch die Gegend laufen und nochmal ein paar Dinge kaputt machen, weil kaputt machen sind Dinge, die ich gut kann. Ja, jetzt gehen wir nochmal zum Baron. Vorteil ist, ich kann wirklich alles nochmal abschießen, wo was war, wenn ich das noch grob sehe, weil mein Money Count noch sehr low ist. Ich weiß, dass hier zwischen den Dingern noch irgendwo einer war, aber ich weiß nicht mehr wo. Also ja, doch, also ich brauche ja auf jeden Fall noch einen Schuss, habe ich festgestellt. Da habe ich zu wenig von. Okay, wir nehmen Schaden. Das ist aber kacke. Okay, das ist neu zu einem ziehenden Faden, der alles durchschneidet, was ihn in den Weg stellt. Gehört immer zwei. Der ätzende Spaß. Ich meine, das ist eine größere Heilung. Das ist okay. Der kostet auch zwei anstatt eins. Das ist jetzt nichts, was mich wirklich auf Trab hält, dementsprechend nach. Let's go on. Das muss Geld wiederholen. So, und hier waren die Schlachtfelder, wo ich ja zwischendurch nicht weiterkam, weil irgendwas im Weg stand. Die müssten ja jetzt auch alle weg sein. Aber ich will jetzt erstmal zum Gebiet des Herzogs, weil ich glaube, der brauchte dieses Familienbild. Hab ich das eigentlich eingesammelt? Ich weiß es nicht, es ist eine Woche her, ne? Aber zumindest ist da was Grünes. Was bedeutet, ich habe irgendwo noch eine Quest erledigt. Sag es nicht weiter, aber ich bin einer Hinsachen. Wer weiß. Oh, hab ich den noch nicht gefunden. Ob ich mich noch glänzer machen will mit einem Gold-Clammer-Wand? Auf jeden Fall. Der vermisse ich. Ah, sehr schön. Ja, das bin ich. Gern geschehen. Geld? Karte. Okay. Fast so gut wie Geld. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich beim Duke, ob ich dieses Familienobjekt eingesammelt habe. Ich weiß nicht, was mit dir da oben war. Hatte ich mit dir alles? Hatte ich? Wir sind Touché? Okay, wir sind Tudi. Alles klar. Nice. Dann gehe ich zum Duke. Ich glaube, da muss ich ein Familien-Ding einlösen. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist für mich, doch. Und noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Reinschauen. Ja, ich weiß. Du liebst, Kuchen. Ich verstehe das. Familien-Porträt der Drinninger. Ich muss mal schauen, weil ich hab ein Quest-Loch irgendwo. Genau. Untergrund. Alles andere Quests habe ich anscheinend hier echt erledigt. Nice. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Sly. Ciao.